Hallo und herzlich willkommen im Video zum Thema Spieleraufmerksamkeit. Im folgenden Video werde ich euch drei Möglichkeiten vorstellen, wie ihr diese Spieleraufmerksamkeit in euer Spiel einbauen könnt. Falls du mich nicht kennst, ich bin Benno und in meinem Kanal helfe ich Brettspieldesignern und solchen, die es werden wollen, mit Tipps und Tricks rund um das Thema Brettspieldesign, Produktion und Marketing. Aber genug von mir, legen wir gleich los. Die Aufmerksamkeit der Spielerfesseln, was meine ich damit? Nun, Multiplayer Solitaire ist der englische Begriff für Spiele, bei denen man zwar mit anderen Spielern am Tisch sitzt, aber dennoch jeder nur auf sein eigenes Spielertableau starrt und selten einen Blick auf die Bereiche der anderen Spieler wirft, weil es schlicht und einfach nicht notwendig ist, um das Spiel zu spielen. Das kann für dich als Designer beim Entwerfen eines Spiels Ziel sein, doch wenn dein Anspruch den Austausch zwischen den Spielern fördern soll, zeige ich dir im folgenden Video ein paar Möglichkeiten, wie dein Spiel von einem Heads-Down-Spiel zu einem verbindenden Spiel werden kann, bei dem die Spieler aufeinander eingehen und gemeinsam Spaß haben und nicht nur jeder für sich. Generell lässt sich sagen, dass eine Änderung der Spielstatus durch Elemente, die alle Spieler betreffen, ein gutes Prinzip für das Design sind. Der Spielstatus ist übrigens der momentane Zustand des Spiels, wo sich alle Spielelemente befinden, der Punktestand etc. pp. Die Änderung dieses Status muss nicht unbedingt von einem Spieler ausgehen, sondern kann auch durch eine App, durch Eventkarten oder einfach durch den Zufall eines Würfelwurfs ausgelöst werden. Im Prinzip alles, was die Spieler außerhalb ihres eigenen Zuges ihre Köpfe heben lässt, wenn es sie potenziell betrifft. Nun aber zu den drei Wegen, Aufmerksamkeit in deinem Spiel zu designen. Die Faustregel für die folgenden Prinzipien und Mechaniken lautet, je länger der Zug jedes Spielers ist, desto mehr sollte es von ihnen geben. Und die Hauptfrage, die du immer an dein Spieldesign stellen solltest, lautet, warum sollte ein Spieler beim Zug eines anderen Spielers aufpassen? Der Königsweg für mehr Aufmerksamkeit ist meiner Meinung nach die Spielerinteraktion, das Miteinander spielen. Bei der indirekten Spielerinteraktion geht es um die Abhängigkeiten zwischen den Zügen der anderen Spieler und deinem eigenen Zug, also einer indirekten Beeinflussung deiner Entscheidung durch die Entscheidung in den Zügen der anderen Spieler. Das indirekt bedeutet, dass die anderen Spieler deine Spielelemente wie Handkarten oder Miepel nicht anfassen oder in irgendeiner Art und Weise manipulieren. Die Mechaniken, Wege können sein, zum Beispiel die Konkurrenz um Ressourcen, also wenn dir ein anderer Spieler das letzte Schaf vor der Nase wegschnappt, was du eigentlich gebraucht hättest, um Stoff herzustellen, um daraus Segel für dein Schiff zu bauen und so weiter und so fort. Du siehst, wie das funktioniert. Das zweite könnte sein, das Manipulieren von Marktsituationen. Also kauft ein Spieler zum Beispiel Bananen, die jetzt im Preis steigen oder gestiegen sind und du hast nun plötzlich nicht mehr genug Geld, um Bananen zu kaufen, um deine Affen zu füttern. Oder was auch immer du mit Bananen so vorhattest im Spiel. Die dritte Möglichkeit ist die Mehrheit in Gebieten, also das Besetzen von Area Control Feldern. Und das ist fast schon eine direkte Interaktion, aber wenn es nur um die Mehrheit, also eine Area Majority geht, dann werden deine Spielfiguren in der Regel nicht angefasst. Diese Mechanik garantiert, dass die anderen Spieler zu 100% aufpassen, was du da machst. Ja und schließlich eine vierte Möglichkeit ist das Blockieren von Worker Placement Feldern. Das ist die klassische Mechanik aus Eurogames und du hast diesen Masterzug geplant und hoffst dann während der Züge der anderen Spieler, dass keiner von ihnen dieses eine Feld blockiert, was du unbedingt brauchst, weil sonst deine gesamte Strategie den Bach runtergeht. Und diese sogenannte Turn Angst im Englischen, die bringt Aufmerksamkeit da und bringt auch sehr viel Spannung in dein Spiel hinein. Die direkte Spielerinteraktion umfasst relativ neutrale Mechaniken wie das Handeln mit anderen Spielern bis hin zu negativ behafteten Mechaniken wie Diebstahl von Ressourcen. In Kinderspielen zum Beispiel ist es vollkommen okay, einem anderen Spieler etwas zu klauen. Das ist oft sogar gewünscht und bringt den Kindern viel Spaß. In langen Euros mit wenig Glücksfaktoren ist das eher nicht gern gesehen. Die direkten wie auch indirekten Interaktionen können auch positiv sein. Da gehe ich dann aber näher darauf ein in einem anderen Video, welches du dann hier oben findest. Das verlinke ich dir. Designe dein Spiel so, dass es häufig Überlappungen gibt zwischen den Spielzielen der Spieler oder dass sie alle dieselben Ziele haben, wie zum Beispiel in den meisten Rennspielen. Dann ist es immer wichtig, ob sich gerade ein anderer Spieler daran macht, dich von deinen Zielen abzuhalten oder dir die Belohnung direkt für die Erreichung deines Ziels direkt vor der Nase wegschnappt. Ein gutes Beispiel für diese Implementation dieser Mechanik oder dieser Idee ist das Spiel Blue Moon City von Rainer Knizia, welches gleich mehrere dieser konkurrierenden Elemente besitzt und insgesamt ein Race, also ein Wettlauf, zum Ziel ist. Wenn es dich näher interessiert, dann findest du mein Video auch hier oben. Das verlinke ich dir dann. Geheime Informationen, die nur einer Teilgruppe der Spielern zugänglich sind, fördern das Beobachten der anderen Spieler, um aus dem Verhalten oder aus Reaktionen oder auch aus taktischen Entscheidungen einschätzen zu können, wie diese geheimen Informationen aussehen können. Und dementsprechend versuchen die anderen Spieler dann, ihre Spieltaktik den vermuteten geheimen Informationen anzupassen. Als Mittel dazu eignen sich verdeckte Handkarten, die vorzeitige Einsicht zukünftige Ereignisse, wie zum Beispiel in Manhattan Project Energy Empire, die Global Impact Cards, oder auch geheime Ziele für jeden Spieler, so quasi Missionen, die jeder Spieler geheim vor sich liegen hat. Klassiker des Multiplayer Solitärs sind Roll and Ride. Roll and Ride Spiele sind von Hause aus nicht mit viel Interaktion gesegnet, denn hier starrt oft jeder Spieler auf seinen eigenen Spielerbogen und nimmt nur nebenbei wahr, dass noch andere Spieler mit am Tisch sitzen. Mögliche Lösungen für solche gegebenen Situationen findest du aber in anderen Spielen. Zum Beispiel in Tiny Epic Galaxies. Dort wählt der aktive Spieler eine Aktion und jeder andere Spieler kann durch Ausgabe einer Kultur in diesem Spiel eine Aktion des aktiven Spielers ja auch noch durchführen. Also er kann entscheiden, ob er das möchte oder nicht. Das ist die sogenannte Folgemechanik und findet meiner Meinung nach noch immer zu wenig Anwendung in Spielen, denn sie löst zwei Probleme gleichzeitig. Sie hält die Aufmerksamkeit der Spieler hoch und beschleunigt das Spiel, denn die Spieler machen in jedem Zug eines anderen Spielers ebenfalls Fortschritte in ihrem eigenen Spiel. In Tiny Epic Quest sind gleich mehrere Mechaniken eingebaut, die die Spieler bei der Stange halten. Zum Beispiel die Bewegungsmechanik, bei der der aktive Spieler eine Bewegungsart auswählt und dann reihum jeder Spieler einen seiner Helden ebenfalls auf die ausgewählte Art und Weise bewegt. Weiterhin wird vom aktiven Spieler gewürfelter Schaden und Energie reihum unter den Spielern aufgeteilt. Und last but not least in diesem Spiel die dabei gewürfelten Symbole, die dürfen von allen Spielern für die Vollendung ihrer eigenen Missionen genutzt werden. Zusammengefasst kann man also sagen, wenn du bei einem deiner Prototypen den Eindruck hast, dass jeder Spieler eigentlich nur an seinem eigenen Zug interessiert ist, ist es eine gute Idee, Spielerinteraktionen, konkurrierende Spielziele und oder geheime Informationen in das Spiel einzubauen. Dafür steht dir eine Bandbreite unterschiedlicher Mechaniken zur Verfügung und du musst eigentlich nur entscheiden, was am besten zu deinem Spiel passt. Wenn die fehlende Aufmerksamkeit ein Problem ist, was spät im Designprozess auftaucht, dann gibt es auch Lösungen, die funktionieren ohne dein Spiel grundsätzlich zu verändern. In meinem Spiel Pirate Tales zum Beispiel, in dem ein Pirat immer alleine eine Reise unternimmt, während die anderen Spieler im Prinzip nur zuschauen, habe ich es geschafft, die anderen Spieler daran teilhaben zu lassen an dieser Reise, indem ich eine Wettmöglichkeit auf den Ausgang eingeführt habe. Jeder Spieler legt dabei eine Goldmünze auf die Felder Ja oder Nein, also sie wetten auf den Ausgang dieser Reise. Und durch diese Wettmechanik, die das Grundspiel weder verändert, noch merkbar verlängert, geben die anderen Spieler während der Reise nun gute oder teilweise auch nicht so gut gemeinte Tipps zum Vorgehen dem aktiven Spieler und dadurch sind sie die ganze Zeit im Spiel involviert, selbst wenn sie selber gerade nicht an der Reihe sind. So, das war's für heute von mir zum Thema Spieleraufmerksamkeit. Unten findest du einen Link zum dazugehörigen Artikel auf meinem Blog zu den Videos zur Spielerinteraktion, was ich erwähnt habe und zur Analyse zum Spiel Blue Moon City, was ich auch erwähnt habe. Ich hoffe, du konntest aus diesem Video etwas für deine eigenen Designs mitnehmen und wenn dem so ist, dann freue ich mich über einen Like von dir. Danke fürs Zuschauen und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.